26 Brauereien und über 100 verschiedene Biersorten. In Hannu steht das ganze Wochenende im Zeichen des belgischen Nationalgetränks. Seit Freitagmorgen werden Stände aufgebaut, Fässer angeschlossen, die ersten Biere gezapft und probiert. Erstens sind wir natürlich alle Bierfreunde. Zweitens lieben wir unsere Stadt und das Organisieren. Wir spürten, da war eine Nachfrage. Es gibt hier nämlich schon eine Weinmesse und da kommen rund 4000 Besucher. Da haben wir uns gesagt, warum nicht auch mal eine Biermesse? Mikrobrauereien sind derzeit voll im Trend, also haben wir es einfach gemacht. Vertreten sind nicht nur etablierte Brauereien wie Curcius aus Lüttich oder die Castelbrauerei aus dem westflämischen Ingelmünster. Spezialbierfeste sind auch für die kleinsten Bierbrauer eine gute Gelegenheit, ihre Spezialität vorzustellen. La Hicke ist natürlich ein Wortspiel. Das hat nichts mit dem Schluckauf zu tun, sondern mit Laizität. Dieses engagierte Bier wurde geschaffen, um unsere weltlichen Projekte zu fördern. Die Reaktionen sind sehr positiv. La Hicke wurde vor anderthalb Jahren gestartet, mit sehr viel Erfolg. Unsere Freundin Frankreich sind begeistert von unserem Bier. Gings wird in der Brauerei Grandorche in Homburg gebraut. Ein blondes Trippelbier mit 8,5 Prozent Alkoholgehalt und natürlichen Ginseng-Aromen. Die Reaktionen sind gemischt. Entweder man liebt es oder hasst es. Es gibt sowohl als auch. Zum Glück für uns überwiegen die positiven Reaktionen. Los geht's am Freitagabend um 18 Uhr. Zapfenstreich ist dann am Sonntagabend um 20 Uhr.